Oh, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Allah Azza wa Jal ruft uns zu Gottesfurcht. Was ist Taqwa? Was ist Gottes? Weil wir hören das sehr oft im Koran. Taqullah. Taqillah, sagen die Leute zu dir. Was bedeutet Gottesfurcht? Wer weiß, ganz einfach. Es ist nichts schweres. Weil viele denken, die müssen einen Roman schreiben. Was ist Taqwa? Sich fernhalten von Sünden und sich nähren. Gute Taten. Sich dem Guten nähren, dem Schlechten fernhalten. Also, Allah Azza wa Jal sagt, oh, die ihr glaubt, ihr müsst alle Glaubensgrundsätze halten. Ihr müsst euch daran halten, was er über uns offenbart hat. Alles, was wir als Grundsätze in der Religion haben, halte dich daran. Und er sagt das in einem Vers, zweimal. Oh, die ihr glaubt. Ihr nennt euch Gläubige. Ich nehm mich gläubig. Ich sage nicht, dass der Glauben der Rajat hat Stufen. Es gibt unter den Mu'minin Stufen. Einer mehr als der andere. Weil wir glauben daran, dass der Iman steigt und sinkt. Und er ist nicht konstant. So gesagt, oh, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Aber haltet euch an das Gute, entfernt euch von dem Schlechten. Und schaut, was ihr vorausgeschickt habt. Was hast du für morgen geschickt? Der will dir damit sagen, welche Achtsamkeit hast du hier? Im Verborgenen oder im Offenbarstenzustand. Ob die Leute es sehen oder ob du alleine bist. Was schickst du voraus? Fürchte Allah. Denn der weiß Bescheid, was du tust. Allah sieht dir zu. Allah schaut dir zu. Also denk darüber nach. Der sagt mir und dir, denk darüber nach. Wie gibst du deinen Tag aus? Wie verhältst du dich in dein Leben? In dieses bisschen etwas Leben, was wir haben. Allah ermahnt uns und warnt uns.